nun nur der Hersteller kommt zu einem neuen Volker mein Kraft hier bauen noch alles ab also und so auf die mit einem neuen das auch mein liefst an gekennender machen wir machen die hier und so machen alles frei das wird damit beim Projekt starten können Bauprojekt brauchen aber richtig viel Platz hier bei der Info ich hab schon genug viel Holz was soll ich? er hat nein aber hauptsache leute ihr freut euch auf einen neuen Volker Bauprojekt nein Manu hin 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 Wir werden ja alles klein machen. Hier, Bibi Klein. Wir haben nur viel Erde, Leute. Nur viel, viel, viel. So viel hätte ich auch nicht gebraucht. Aber... Nix da. Hey, das ist mein, 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 mein Bauprojekt. Egal. Ach, ich kann nicht böse sein auf ihn. Also eigentlich schon, aber... Naja, mein Monster ist, da bin ich mal nicht so frech. Also eigentlich schon, aber... Zum Krippern nicht, also zum Krippern nicht eigentlich. Die Krippern sind auch die meisten schlimmsten Zombies von drei Plätzen. Platz 1 ist der Enderman, ne, die normalen Zombies, dann die Goldzombie. Dann der Enderman ist auf Platz 3. Ach, nicht Enderman, man, man, bis jetzt, wie immer der Enderman, ne, ne, ne. Die Krippern, ne, 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 ne. Ah, Leute, 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 Leute. Na ja, ich müsste sie ja auch. Nur, nur erbten. Junge, 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 ich hab so viel Erde, mein Invertar. Ja. Wir können dann mit dem Bauprojekt starten, wenn ihr wollt, Leute. Dafür will ich 30 Likes sehen, dass wir starten sollen. Also mit Bauprojekt halt. Ah, ja. Das wird dann noch alles später ausgehöhlt. Vielleicht auch in diese Folge wieder. Die Aufnahme geht drei Stunden oder zwei Stunden, keine Ahnung. Ich komme drauf an, wie ich das zusammen cutte hier. Ähm, weil... Ja. Ich, ihr wisst ja nicht, wie voll mein Server ist oder wertvoll ist oder wird. Ja, wir werden das Dach weiterbauen und das wird anstrengen, Leute. Wir sehen uns gleich, wenn wir auf Dach sind in zwei Sekunden. Jetzt war ich wieder harte. Na toll. Jetzt, wenn ich mal nicht baue. Hm. 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 Wisst ihr das, wie ich das gemacht habe? Sorry, dass ihr meine Maus und Tastaturen müsst. Das will ich ja nicht in jedem Folge sagen. Wenn ich das noch nicht gesagt habe, dann lasst ein Like und ein Abo drauf. Für weitere Folgen. Ähm, Minecraft. Wie ne Kraft. Ja, wenn ich weiterbefolge, dann müsst ihr unbedingt einschalten, meine lieben Freunde, Damen und Herren. Ja. Gut. Ihr bekommt auch ein gutes Grundstück von mir. Was ich dann aus Diamanten, Eisen oder was auch immer machen werde für ein Grundstück. Euler. Also, die Boyer. Also, man weiß. Kann ich mir weiter Betonkotts schieben? Also, wurde also nicht schieben, aber... Genau. Gut. Also, warte. Warte, meine kleine, ähm, kleine Häuser. Ah ja, okay, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, dann hat sie geklärt. Okay. So. So. und auch auch und 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 ich mache meine Häuser so an und ihr macht so und wir machen das alles mal anders ja gut gut mein größeren Grundstück mache ich für euch immer was würdet ihr sagen wenn ich alles hätte auf Netherite Barn ob ihr dann in meine Wohnung einziehen würdet oder auch nicht da bin ich auf jeden Fall dann drauf ja man warte 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 man kann es auch noch verlängern wenn man es will ich würde es ja verlängern möchte ich glaube aber warte na das hier ja sorry ich meine es ja nicht größer aber hm 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 recele ich circ okay sagt okay ich ich bin zu witzig geworden Herr Schaden muss lachen ich habe so viele Sachen um das Tier bisher waren wir unser Haus und mit dem Grund für mich hat ich bin schon wieder plant okay dann mache ich zack hin und zack und das war's jetzt warte ach schell fast sogar lol ja leute ich mache part 2 draus ich hab kein anderes ja auch okay das hätte gepasst kann ich kurz ich bin klar zu holen ich bin gerade zu fallen so hier fahren zu gehen klar was ist dann was ist das für beste klein klar getönt ist perfekt wo und die leute ich ziehe dir jetzt nicht mehr also hat nur ich hab ja gefragt ob ich darf okay was ich habe mir mehr da noch gut Kies einlösen gibt's auch alles im Job bei mir also gibt hier kein Zocker erkennt ja dann kaufen mit Papier und Zettel die hat das Problem der das hätte ich besser machen müssen ja ich weiß die Karte macht das auch dort ist mehr hatte genervt zack ah Leute warte ähm ich mach glaub ich noch eine Attache hoch warte ich glaub das Video geht doch nicht eine Stunde ne nehmt doch keine Ahnung ich weiß noch nicht alles d ding du ne 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 Schuss, Schnitt, Trepp, dann. Leute, Leute, warte, wie mache ich das mit dem Dachboden, also, ähm, nicht mit dem Dachboden, um, pfff, nee, warte, nee, nee, stopp, sorry, ähm, ja, dann, zack, dann, zack, und zack, fertig, hier bauen wir dann da den Grund, gerüst, also, kommt alles mit Parts. Ich hätt's nicht gedacht, dass ich noch ne, ne extra Ding mache, äh, ne extra, äh, Tür, da. Ja, spiel, ähm, ja, genau, dies hat's gestört. Uf, Tett, Apropos Hülter, Uf, Tett, Uf, Tett, Uf, Tett, t hier oben kommen meine folgt Diamanten und genau die ich habe ich und die da kommen ja dann noch ab und ich muss kurz schicken ich will ja nicht haben ist langweilig dauert zu lange also nicht wundertlich ich ziehte meint aber ich will nicht richtig viele Sachen das liegt ja auch eine ordentliche ob ich gehe das sind hier ja gut 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 hey warum habe ich kein Essen mehr warum habe ich nicht Hunger wieso meckert der nicht lecker 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 ja 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 die Grundgröße müssen dass es um einander passt eine ist oder ja ja dann muss ich mal beleidigen Yay, ich dürfte Nein, ja, ich glaube, das wird ja wohl nichts werden Ne, Spaß hier Sowas machen wir nicht und 19 50 Pantone sind Na ja, Pantone Pantone sind nicht tot wenn sie existieren würden Na ja, oben werden wir kein Fenster machen wahrscheinlich Doch 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 Aber dafür kommt dann nicht Wir werden dann auch einen Garten machen und Ach, das wenigstens berufend was haltetruft Ui 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 Welchen Plot würde dir dann kaufen mit vollen Nellorite oder auch keine vollen Nellorite Rüstung Und das ist jetzt die Regan-Klage Anlage Wenn der eine Wille habt ihr, also Diamanten würdet ihr den auch kaufen nicht hier kommt drauf an wie viel die Acht wahrscheinlich 100 die auf die Verlangen Hörer Stau Plexi Klaas und mit nicht voll bis hier werden das gab nicht wie ich das will so die 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 man auf dem aber ansonsten nicht und da kommt ich schieb mir mal dann vor Leroy würde ich dir das dann nehmen oder nur mit Verzauberung ich muss kurz hier machen okay das war's aber ich will ich bin und mir Partie am meisten schicken nun ich darf ich bin ja das aber das soll man auch die Regeln auch bis in einheit ich glaube auch nicht gut jetzt kommt das dach zu dann mal sehen was ich so abläuft die frau mit totem was das ging aber schnell was für die vier und schreibt es mal in die kommentar auf in der Nähe der der Zauber rechtern nicht mehr um um t t Oh. Tuck. t t t mit einem Wettbewerb t momentan reihe gut Leute ich hab nichts gelegt die Wertbank tue ich auf dem Baum Okay. Jetzt noch zu kleben. Das ist ja anstrengend. Wahrscheinlich. Das ist egal. Ich fliege mal kurz. Da krieg ich schneller hin. Aber sorry Leute, dass ich cheater. Also das ist ja nicht cheater. Ich muss nur kreativen Modus sitzen. Wenn man Bock hat auf survival zu spielen muss. Oder mobile. Na ja, muss. Das ist ja nicht das richtige Wort dafür. Die Videos kommen wahrscheinlich heute oder morgen. Das weiß ich nicht. Zack. Äh, Plexiglas. Ja, ich, ich, ich bin nur hier. Hammer. Hammer. Ich hätte mich jetzt so noch mal verbaut. Ja. W Nutzen. Ich schätze mich jetzt. Ich schätze mich. Ich schätze mich jetzt. Ich schätze mich. Ich schätze mich. zack fackeln ich hole mir nur hier kommt dann leute ich sag das war als Teil Part 1 mit Bauprojekt Prozent 2.5 machen aber die Nähe gehen nur heute los als Zoller durch er nimmt man sich an die Stunde er ist es auch nicht mehr Hey, 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 hey. Ah, 1, 2, 3. Wehe Ehe Ich habe es mit dem Team Naja, ich mag die Türen die Türen nicht also leute das war es jetzt wirklich bis nächstes mal tschüss